Im Arcade-Modus arbeiten Sie mit einigen unzuverlässigen Partnern zusammen. Der Plan ist einfach. Zünden Sie die Bombe und schnappen Sie sich das Geld. Sie haben vier Minuten, um zu verschwinden. Die Beute wird geteilt, also arbeiten Sie zusammen. Ich weiß, dass Sie gierig sind. Falls Sie also einen von uns reinlegen, lasse ich Sie persönlich kalt stellen. Sie müssen entkommen, um fortzufahren. Andernfalls verlieren Sie ein Leben und müssen die Runde wiederholen. Die Flucht wird von Runde zu Runde schwieriger. Und Ihre Partner könnten sich gegen Sie wenden. Haben Sie nicht genug Geld, sind Sie für Ihre Kollegen entbehrlich. Wenn Sie uns verarschen, sollten Sie zusehen, dass Sie Land gewinnen.